Sprechen wir über Multi-Level-Marketing bei Mary Kay und die eine Facebook-Funktion, die dir hilft, die Kosmetikprodukte von Mary Kay jetzt zu verkaufen über Facebook. Eine Funktion, die allerdings 90% gar nicht nutzen werden, weil sie nicht wissen, dass es sie gibt. Und ich möchte dir helfen. Ich selbst komme aus dem Network. In 30 Tagen habe ich 110 neue Vertriebspartner in Erstlinie gewonnen, nur mit Facebook. Wie das geht, erfährst du unterhalb in meinem Gratiskurs. Also, wenn du bei Mary Kay im Multi-Level-Marketing bist, geht es um eine Funktion. Und zwar, grundsätzlich ist es ja so, es gibt ja den einen oder anderen Beraterin, die Kosmetikprodukte in Live-Videos zeigt. Und wir wissen, Live-Videos, das ist eine der besten Möglichkeiten auf Facebook, aber auch auf Instagram, wirklich sogenannte organische Reichweite aufzubauen. Wir brauchen, um im Network-Marketing Erfolg zu haben, Reichweite, Sichtbarkeit. Wenn wir Sichtbarkeit haben, nehmen uns die Leute wahr, wir bekommen Kontakte, bekommen wir Kontakte, können wir natürlich neue Produkte bei Mary Kay verkaufen. Ich selbst habe als Mann im Kosmetikbereich, im Network-Marketing im siebten Monat einen Monatsumsatz von 210.000 gemacht, um das ohne Produkte in die Kamera zu zeigen oder ohne über die Firma zu sprechen. Und jetzt gibt es hier eine neue Funktion, und zwar in Live-Videos ist immer ein bisschen die Problematik, Wir haben einerseits die Reichweite, das hilft uns natürlich, das heißt, wir haben diese Sichtbarkeit, aber wenn wir dann sagen, zum Beispiel als Mary Kay-Beraterin, geh jetzt auf die Website oder melde dich dort an oder mach dies oder jenes, der sogenannte Call to Action, dann fallen viele weg. Warum? Wenn ich ein Live-Video mache als Mary Kay-Beraterin und ich spreche zum Beispiel über die drei wichtigsten Erfahrungen im Multi-Level-Marketing und ich sage dann, geh auf willibrokop.at, was ich dir übrigens empfehlen würde, naja, dann machen das die wenigsten, weil es ist ein sogenannter Medienbruch. Die Leute sind eher bequem, komfortabel und fast niemand öffnet dann den Internet Explorer oder Chrome und gibt willibrokop.at ein. Und jetzt haben wir genau diese neue Funktion. In Live-Videos kannst du zukünftig als Mary Kay-Beraterin einfach das Video machen und dann kannst du sagen, geh jetzt auf die Website von Mary Kay und dann deutest du dorthin und kannst genau dort den Link einblenden. Das heißt, du kannst einen klickbaren Link direkt in das Video reingeben und das wird dir definitiv helfen, mehr zu verkaufen. Aber dieser Link gilt nicht nur für externe Seiten, also jetzt auf deine MLM-Seite, sondern auch zum Beispiel in deine Facebook-Gruppe, weil Facebook-Gruppen sehr, sehr gut dafür sorgen, dass du Mary Kay-Produkte verkaufen kannst. Willst du wissen, wie ich in 30 Tagen 110 neue Vertriebspartner generiert habe, nur mit Facebook? Wenn ja, dann schau jetzt unterhalb von diesem Video meinen Gratiskurs. Ich wünsche dir viel Erfolg bei Mary Kay im Multilevel-Marketing. Rock it, glaub an dich. Bye, bye. Ciao, ciao.